Apples iOS 9 zeichnet sich vor allem durch eine Fülle kleiner Änderungen aus. Es gibt eine iCloud-App, die Karten-App zeigt nun auch Nahverkehrssysteme und die Suche erfasst nun mehr Inhalte. Die Spotlight-Suche schlägt interessante Artikel vor und gibt auch Resultate für Apps aus. Gesucht werden kann praktischerweise auch in den mittlerweile recht unübersichtlichen Einstellungen. Mit dem neuen Stromsparmodus soll die Akkulaufzeit im unteren Kapazitätsbereich verlängert werden. Die Geekbench-Werte zeigen deutlich, dass das iPhone stark gebremst wird. Apple hat eine neue iCloud-Drive-App eingeführt, die iOS auf Wunsch in der App-Liste platziert. In diesem Zusammenhang wurde auch die Notizfunktion überarbeitet und dadurch etwas übersichtlicher. OS X-Nutzer sollten aber mit dem Upgrade der Notizen noch warten, da es OS X El Capitan voraussetzt. Wer es ohne El Capitan durchführt, hat bis zum Umstieg auf das neue Desktop-Betriebssystem keinen Zugriff mehr auf seine Notizen. Dummerweise veröffentlicht Apple das neue OS X mit einigen Wochen Abstand zum neuen iOS 9. Sehr hübsch ist die neue ÖPNV-Funktion in den Karten, die die optische Qualität handgezeichneter Karten erreicht. Zwar war Google schneller mit der Integration von Nahverkehrssystemen, Apple hat dafür aber ein paar bessere Ideen gehabt. So kann der Nutzer sogar auf Details der Bahnhöfe zoomen und die Tunnelstrukturen sind sehr gut zu erkennen. Apple beschränkt sich zunächst auf die Hauptstadt- und Regionallinien in Ostdeutschland. Der Rest dürfte folgen. Mit iOS 9 reduziert sich auch die Arbeitsspeicherauslastung des Betriebssystems. Eine der vielen von Apple versprochenen Verbesserungen bei der Effizienz. Auf einem iPad Air können wir jetzt selbst zwischen vier Tabs ohne Nachladen wechseln. Mehr als unter iOS 8. Gut im Netz surfen können in der iOS-Welt auch weiterhin nur Besitzer eines iPad Air 2. Der Arbeitsspeicher des Tablets reicht sogar aus, um fünf Webseiten ohne Probleme zu öffnen. Mit iOS 9 gibt es für das iPad Air 2 und mit Einschränkungen das Vorgängergerät neue Multitasking-Funktionen. Wer diese zum ersten Mal verwendet, wird sich vielleicht wundern, warum nach dem Wisch von rechts ausgerechnet die Karten-App über die Seite eingeblendet wird, obwohl es keinen Auswahldialog für eine sekundäre App gab. Dieser erscheint erst nach einem zusätzlichen Wisch nach unten. Wer die eingeblendete Zweit-App weiter nach links zieht, aktiviert den Split View, der allerdings nur mit dem iPad Air 2 funktioniert. Intuitiv ist die Bedienung der Multitasking-Funktion nicht. Das Hereinwischen von rechts etwa ist auch für die Nutzung des Browsers notwendig. Hier muss exakt von der richtigen Stelle ausgewischt werden, um die gewünschte Funktion zu aktivieren. Damit Multitasking funktioniert, müssen es die beiden parallel laufenden Apps auch unterstützen. Noch nicht aktualisierte Apps wie die YouTube-App ermöglichen kein komplettes Teilen des Bildschirms und somit auch nicht das gleichzeitige Abspielen von Videos. Auch in einigen Anwendungen von Apple selbst fehlt die Möglichkeit des Bild-in-Bild-Modus. Bei der Video-App funktioniert er hingegen. Fazit iOS 9 bringt viele nützliche kleine Änderungen, die sich im Alltag durchaus bemerkbar machen. Sei es die fußgängerfreundliche ÖPNV-Darstellung in den Karten, die direkte Integration des iCloud Drive oder die sehr praktische Suche in den unübersichtlichen Einstellungen, die selbst mit alten Apps funktioniert. Zudem gibt es selbst für vier Jahre alte Geräte noch die Sicherheitsupdates durch iOS 9. Doch die großen Neuerungen sind sehr aktuellen Geräten vorbehalten. Die praktischen Multitasking-Funktionen erfordern mindestens ein iPad Air. Die Stiftunterstützung gibt es nur mit dem iPad Pro. Wie sich der Umbau des Betriebssystems für 3D-Touch auswirkt, wird sich erst mit dem neuen iPhone 6S und dem iPhone 6S Plus herausstellen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von iOS 9 noch nicht zur Verfügung standen.